ja wo steht hier ist weg leute und zwar heute mal in barcelona mit abhoher idee kappi und und wiskas 96 fasse aber geht ab digga jetzt endlich leute endlich bei meinem lieben alten kollegen whisker wasser in barcelona leute in spanien immer ganz gechillt bleiben wir haben heute gesagt wir machen eine 2 versus 2 challenge natürlich spiel ich gegen barca ich nehme real eher barcelona die klassiker muss sein ich bin mit grafi und was spielt mit red ohne witz leute ihr kennt mich ja like geil ist mein lifestyle deswegen 40.000 likes easy leute ja easy leute dann werden die uploads folgen ohne ende wehe ihr like das jetzt nicht damit ich sagen viel spaß mit dem video die challenge folgt natürlich dann im nachhinein ja genau die verlierer werden beworfen mit extrem extrem riesigen wasser bei uns leute da draußen dann wahrscheinlich es wird wahrscheinlich ihr kennt mich leute ich mache da keine halben sachen team fresh and a new digga masken ab alter gegen team red barcelona die echten das ist eigentlich für den spruch jetzt verlieren digga jungs ihr werdet so destroyed jetzt alter diesmal gibt es keine kontrolle probleme leute ich wünsche euch viel glück als schnauze wir brauchen kein glück er spielt hier er spielt unten er spielt unten er spielt jetzt jetzt spieler mein herz braucht jetzt schon wenn ich an die bestrafung weg was für faul chili nice nice mache einfach eine schöne flanke rein bist du das eine schöne flanke der 16er digga schöne flanke 16er ich glaube an ich bin blau ne ja komm 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 geh 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 hoch Der geht! Der geht! Gebt's Tor! Schießt! Schießt! Nein! Aufs Neck und schießt! Das ist gegen... Nein. Sauber! 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 Komm her! Schieß! Oh nein! Digga, schreie dich so, Alter. Du wirst nicht mehr. Komm her, Red! Ich hasse den Typ jetzt nicht. Mein fucking Ohr, Alter. Du fasst das. Ich hasse das so schlimm, wenn der schreit. Und ich so, Mann, der... Boah, wie Harmonie perfekt, Alter. No-Homo jetzt aber, Alter. Bester Mann, Gibi, Gott. Rück, 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 rück. Nein, nicht diese... Die Pässe in der Mitte sind so broke, Digga. Das ist ein Klassiker, Mann. Das stimmt fast nicht. Das gibt's nicht. Ich schwöre, ich kann nicht die Spieler wechseln, Alter. Immer ist er dran. Das Wasser war gegen Dirk und Felsmann. Nein, okay. 0-0. Alles gut, Digga. Junge, was ist das für ein Broke? Bro, wir haben nicht mal Dings, irgendwas, Alter. Unsere Pässe kommt nie an. Ich will weiterladen, aber. Viel schneller, viel schneller. Ich find's so lustig, wenn die sich auf... Ich schwöre Boxing gleich. Nein, das wollte ich jetzt echt nicht machen. Ruhig bitte, ruhig. Guckt bitte, wo Spieler sind. Oh mein Gott. Was der Tödliche. Jetzt, schick, 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 schick. Nice. Der war perfekt. Ja. Kein Sinn, du Spaß. Schieß, 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 Bruder. Oh, die Grätsche, ne? Der hat flankt er, Alter. Benzema, du Fotze. Digga. Rot, 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 er muss rot. Nein, er gibt er nicht. Oh, er flankt. Weg, 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 weg. Ja. Ja. Jetzt auch. Egal, egal. Oh mein Gott, Digga. Digga, ich bin so flogen im Spiel. Boah, das ist so weh. Egal. Jetzt, weit, 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 weit. Versuch, Digga. Nein. Rein, rein. Ein und nur hin. Jetzt. Oh shit, das wird gefährlich. Nein. Ich spiel Mitte. Du bist es. Warte. Jetzt. Jetzt ist der Stellpassung drin. Nein. Ich spiel abgedrückt, Alter. Perfekt, Digga. Perfekt. Spiele gewechseln den Ding enorm, Alter. Jetzt, Comrade, Comrade. Nein. Wir müssen, wir müssen schießen, Digga. Wir müssen es probieren, wenigstens. Chill. Habe ich? Nein. Comrade. Ja. 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 Ahoa, Evideon. B-A-R-T-A-Mara. Let's go. Hahaha. Digga, das habe ich am Ende. Letzte Minute. Oh mein Gott. Jetzt muss ich ehrlich 2-1 passieren. Jetzt nicht 2-1 passieren. Digga. Dauber. Ich bin zu unsauford. Ich bin zu unsauford. Machst du einfach nicht an? Oh Gott. Der kommt, der kommt. Oh Gott. Ja. Bayern. Oh mein Gott. Ja. Fresher, denn du kannst. Ja. Digga, aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, du hast hier runtergeflogen. Was war das? Laptop. Hahaha. Entschuldigung. Weiß ich nicht. Entschuldigung, nein. Du hast hier runtergeflogen oder kam. Das ist Laptop. Hä? Was ist los Digga? Was war das? Laptop ist runter. Laptop. Laptop ist runtergeflogen. Nein. Laptop. Digga, faule den einfach. Faule alles Digga. Was gehts? Faule die Arbeit jetzt. Hahaha. Er pfeift ab. Er pfeift bei einem Foul ab. Er pfeift bei einem Foul ab. Er pfeift einfach ab. Mit beiden Füßen. Egal, wir haben gut gespielt. Scheiße. Wir hatten so Glück. Ihr habt es ja gesehen. Team Fresher hat heute wieder mal gewonnen. Unten sind quasi unsere Konkurrenten schon am Start. Gleich beworfen werden von diesen vier schönen Stück. Also Team Orange geht quasi in Apo Reds Gesicht. Und Team Yellow geht quasi in Antons Fresse. Ja, freut ihr schon drauf, die Jungs? 50.000 likes. Ja, Gabi. Fängst du an direkt? Komm, nehm dir doch gleich eine schöne orange Bombe für den Apo RID. Nein, nein, nein. Hey, hey, hey. Digga, mach doch. Okay, komm. Drei, zwei, eins. Digga, mach Augen zu. Drei, weh, du wirfst. Der Platz nicht, Digga. Das ist der Platz nicht. Das ist der Platz nicht, Digga. Das ist der Platz nicht, Digga. Wir fielen voll gegen die Böhne, Digga. Komm, komm. Eins. Das ist wie eine Faust, Alter. Plus Rache. Oh mein Gott. Jetzt lacht ihr doch, sobald ich meine Rache habe, ne? Okay, okay. Auf meinen Kanal, ihr werdet zwar sehen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich sogar bekommen, Alter. Oh mein Gott. Digga, das ist die Übelste rein, Alter. Oh mein Gott. Digga, du hättest es auch in Face machen müssen. Oh nein. Drei, zwei, eins. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu, Alter? Was passiert, wenn Krabi, Apo Red und Kassbring in fucking Barcelona sind, Alter. So, ja, Red. Das ist der letzte. Are you ready? Ja! Nein! Digga, du bist so ein Spasti, Alter. Wegen seiner Eierbirne wird die nicht kaputt, Alter. Die wird einfach nicht kaputt. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video wieder mal gefallen, hier mit Apo Red und Whisker 96 natürlich auch mit Krabi, wo der zu essen gerade wieder reingeht. Schaut auf jeden Fall bei Krabi vorbei für den Scheißwurf in der Fresse. Bei Apo Red haben wir natürlich auch ein Street Comedy Video hochgeladen, Leute. Richtig nice. Die ersten zwei Links. Und Whisker Baza hat auch ein Challenge wieder hochgeladen mit richtig, richtig heftiger Bestrafung, Leute. Da müsst ihr vorbeigucken. Die ersten zwei Links sind oben in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen... Keine Ahnung, so 40.000 Likes. Ich glaube, easy. 42. 42. Dann würde ich sagen, danke für den Sinn. Wir sind auf jeden Fall raus. Tschüss. 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 Tschüss.